Schön, dass du dabei bist heute bei dem Rezept für unsere zarten Butterhörnchen. Eines der meistbesuchtesten und am meisten nachgebackenen Rezepte von meinem Blog. Und da wird es jetzt wirklich Zeit für ein Video. Ganz wichtig, alle Zutaten am Zimmertemperatur. Du brauchst Salz, frische Hefe, Zucker, weiche Butter, Eier, Mehl und etwas Milch. Das Mehl kommt in die Schüssel unserer Rührmaschine, der Zucker obendrauf, gefolgt vom Salz. Dann die Milch mit dazu, die Hefe brösele ich gleich hinein und dann noch unsere Eier und noch mehr Eier. Und wenn die drin sind, dann kneten wir das Ganze schon mal mit der Rührmaschine an und geben dann unsere Butterflöckchenweise mit dazu. Der Teig wird ein recht kräftiger Teig, denn es kommt jede Menge Butter rein. Und wenn er dann so aussieht, dann ist er richtig. 1-2 Stunden jetzt abgedeckt bei Zimmertemperatur ruhen lassen, so sieht er dann aus, ist richtig schön aufgegangen. Die Unterlage bemehlen, den Teig darauf geben. Etwas durchkneten, darf ruhig ein bisschen Mehl aufnehmen, damit er nicht klebt. Und dann mit einer Teigrolle ausrollen. Auch die, wie du siehst, habe ich mehliert, damit der Teig nicht daran haften wird. Das Ganze mache ich rechteckig, damit ich die Hörnchen gut formen kann. Das nehme ich in Ruckzuck, markiere mir das Ganze auf die Größe, die ich haben möchte. Und dann versetzt davon die Hälfte nochmal unten einschneiden. Dann habe ich grob die Maße, wie ich es brauche. Mit einem Holz und mit einem Pizzaroller schneide ich mir jetzt unsere langen Dreiecke zu. Das geht also am allereinfachsten. Die Mengenangaben zu diesem Rezept findest du unterhalb vom Video. Einfach aufklappen, dort ist auch der Link, wo du es ausdrucken kannst. Und wenn ich sie zugeschnitten habe, schneide ich sie oben in der Mitte nochmal ein, damit ich sie jetzt hier so auseinanderklappen kann und leicht aufrollen. Das geht ganz, ganz einfach. Ich zeige sie hier nochmal. Einfach oben einklappen und aufrollen. Fertig. Dann setze ich die aufs Backpapier, lasse sie nochmal so 20 Minuten ruhen. In den 20 Minuten heize ich den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und dann anschließend noch ein Ei zur Milch geben, verkleppern und damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen ca. 30 bis 35 Minuten backen, je nachdem wie braun du sie haben möchtest. Und dann sind sie auch schon fertig. Wenn du noch mehr Heferezepte sehen möchtest, dann verlinke ich dir gerne jetzt noch meine Playlist mit allen Heferezepten, die genauso gut sind und so lecker. Da wirst du bestimmt fündig. Und jetzt zeige ich dir gleich noch den Anschnitt, beziehungsweise ich reiße sie dir auf, damit du sehen kannst, wie schön die von innen sind. Sie sind wunderbar lecker und schmecken traumhaft gut. Und ein Rezept, das 100% gelingt. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Danke fürs Zusehen. Und wenn du magst, sehen wir uns in eines der nächsten Videos wieder. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder einen netten Kommentar. Bis dahin, deine Silke von Rezepte Silkes Welt.